Hallo, ich wollte nur mal kurz Bescheid sagen, dass ich zusammen mit den Jungs von Quad4Nation einen kleinen Minecraft-Community-Weihnachts-Server erstellt habe, auf dem wir mit bekannten Zuschauern mehr oder weniger ein bisschen spielen und in weihnachtliche Stimmung kommen. Also in so einem Winterbiom haben wir da ein bisschen was aufgebaut. Und letztes Jahr waren die Leute von Quad4Nation bei dem Sturmwaffel-Weihnachtsprojekt dabei und die Burg aus dem Projekt haben wir hier rein implementiert, denn das war mordsmäßig Arbeit, das alles im Survival zu bauen und wir wollten, dass die Burg weiterlebt. Und ich habe da jetzt ziemlich viel Arbeit reingesteckt, weil ich der Techniker bin und würde mich deswegen freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, den Livestream anschaut und aktive Zuschauer von mir, bei denen ich merke, dass sie vielleicht korrekt sein könnten, dürfen dann auch mitmachen. Wir sehen uns dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017